Selector Stage Tutorial Yeah 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 Select Stake Selected 16-2 Area 6 3 Coins 10 Coins Coins 3 Packed Large Size Speed 274 Makes You 3 Coins 3 Coins 3 Coins 10 Coins 3 Coins 3 Coins 10 Coins 10 Coins 3 Coins 3 Coins 3 Coins 10 Coins Ich liebe dieses Jo Jo Es macht vieles so viel einfacher Aua! Wo kommst denn Du her jetzt? Ha HTT Blöde Biene Eyy So schnell Was ist das? Was war das? Was war das? 3 Points M-Ticken Faktikala LARGE SIZED SPEED DRINK 207 OBJECT ENEMENED INSEP GIANT SLACK SICK LARGE SMALL ENEMEN LARGE HONEY A CARLA 164 ZERO HP 51% LEVEL FISH INJECT THE CARLA DIRECT 200 3 POINTS 3 POINTS 3 POINTS HONEY HA HONEY 3 POINTS 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 COINTS INJECT THE CARLA DIRECTLY HEALS CARLA OBJECT HEALS CARLA INSECT LARGE SPIRIT ENEMY LARGE SPIRIT HONEY POWER GIANT POWER GREEN SMALL SMALL SPIRIT HONEY SPIRIT SPIRIT INSECT CARLA AT 102 ZERO HP 73% LEVEL 50 POINTS INJECT TO CARLA DIRECT 196 3 POINTS 10 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 POINTS Über diese Bieden. Ich könnte auch nach ihr suchen. Ich könnte auch nach ihr suchen, aber das Problem ist, dann habe ich wieder was anderes. Ich suche ja immer, ganz von Anfang an, langsam Alexander, langsam. Also, es gibt die Möglichkeit in BK3 zu suchen und zwar nach bestimmten Worten. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt wie ich sehr, sehr gerne den Large-Sized Speed Drink nutzt, gebe ich einfach, wenn ich im Menü bin, drücke ich das F für Find und dann tut sich ein Eingabefeld auf und dort schreibt man dann zum Beispiel rein Large. Allerdings muss man auf Groß- und Kleinschreibung achten und dann kommt meistens dann zum Beispiel schon mal Large-Sized Speed Drink. Wenn man natürlich dann einen anderen Suchbegriff angegeben hat, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt Scala suchen würde, dann muss ich den immer wieder neu eingeben und das vergesse ich meistens. Deswegen suche ich lieber gleich über das normale Menü, anstatt das irgendwie einzugeben. Das kann man machen, wie man will. Manchmal mache ich es auch so, manchmal mache ich es so, aber eigentlich generell mache ich das eher gern so, dass ich den Large-Sized Speed Drink zur Hand habe, weil mit F3, wie in Editoren oder auch im Textbearbeitungsprogramm, mit F3 kann man nämlich dann das Wort, das Vorkommen wiederfinden. Und naja, das ist ganz praktisch. Das Seil ist gar nicht mal schlecht. Ja, das brauchen wir momentan nicht eher. Wo bist du, du blöder Roboter? Objekt, Small Insect, Honey, Spinner, Honey, Honey, Large-Desk, Ich will Kala nicht treffen. Nein, Secure, Small Insect, Insect, Slap, Slap, Minish, Large, Secure, Power, Spinner, Large, Spinner, Spinner, Power, Power, Small, Insect, Spinner, Kala, 215, Zero, HP, 93%, Level 55. So. So. Seht ihr, so schnell geht das. Sonst hätte ich jetzt hier durch die ganze Liste gehen müssen. Mit F3 kann man gleich das Ding finden. Und aktivieren. Hallo, Kala. Dann mach du hier hinten weiter, ich mach hier. Kala. So. Ja, ein bisschen Kornig könnten wir uns noch mitnehmen. So. Jetzt müssen wir wieder Kala suchen. Nicht, dass wir die wieder erwischen. Jetzt ist unser Spielkling schon wieder aus. Okay, hoffentlich haben wir Kala nicht erwischt. Offenbar nicht. Wo ist sie denn? Setz deine Raketen ein, Mädel. Ich kann jetzt nichts machen. Okay. Ich schlock euch alle mal mit mir mit. Ja, kommt alle schön mit mir mit. Kala, du geh in die andere Richtung. Was machst du denn diese Zeit? Lass mich zum 100 Kallen. Ja. Lass mich zum 100 Kallen. Nein. Viel viel viel. Viel viel. Viel viel. Viel viel. 劑�. Nass ich den Speed Drink. und Ja gut, so viel brauchen wir noch nicht, aber Ja, machen wir mal Ja 3 Coins 3 Coins 3 Coins 3 Coins 3 Coins 3 Coins Objekt Secure Slap Kala Kala Oh, das ist ein Schmesser 10 Coins 3 Coins Inject Kala 3 Coins 3 Coins 3 Coins 3 Coins 3 Coins Finish Shooter Alex Kala Oh, jetzt ist die Kala schon wieder Das ist das Problem, deswegen das wird von allen BK3 Spielern gehasst Level 15 und 16 11 und 12 eigentlich auch Aber 15 und 16 ist eigentlich das ekelhafteste Level Ganz ehrlich Mist auch Selekt Stage 16 Communal Crafting 16-3 16-3 16-3 3 Coins 3 Coins Und nochmal das Ganze 3 Coins 3 Coins 10 Coins 3 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 Coins Dann räumen wir wieder mal ein bisschen auf 3 Coins 3 Coins 10 Coins 10 Coins 10 Coins Einfach langsamer laufen Ist vielleicht Kala auch besser zu sehen. Moment, dann sehe ich es hier aber nicht. Ah, da hinten kommt sie. Ich höre sie schießen. Und nachladen. Wo gehst du denn jetzt wieder hin? Okay, du bleibst da hinten. Ich heile dich mal. Performer. 3 Coins, 10 Coins, 10 Coins. Coins, Minashooter, Hone. Coins, 3 Coins. Coins, 3 Coins, 10 Coins. Armour list, Metal Shield plus 21 Minashooter. Coins, 3 Coins. Coins, 1 Coins. 262, 0. Coins, 3 Coins. Coins, 2 Coins. Coins, 3 Coins. Insk, needle, insk, Kala, Kala, Kala at 160 HP 78% level 50. Inject to Kala, directly here. 3 Coins. 3 Coins. Coins, 3 Coins. Coins, 3 Coins. Coins, 3 Coins. 3 Coins. Inject to Kala, directly here is Kala. 3 Coins. Inject to Kala, directly here is Kala. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Miss... Miss... Muschum, piece of light, one, recovers one thousand HP, three coins, three coins. Coin. Fifty-eight, zero. Okay. Inject to Carla, directly use Carla. Die ist mir entwischt. Die blöde Biene. Komm her. Honey, three coins, three coins, object, info, green slime at 99, Carla at 195, zero, HP 85%, level 55. Okay. Coin, three coins, three coins, three coins, come on. Inject to Carla, directly, three coins, practical items list, a large sized speed drink 274 makes you run slightly faster for a minute. Three coins, three coins, three coins. Hi. Three coins, three coins, one hundred and four, zero. Yes! Ten coins. Ten coins, with a shooter, a coin. Hallo, Mini. Ich darf mal an dir vorbeifahren. Un photo... Inject to Carla, correctly heals Carla. der Faktik Large sized speed 200 Coi Could not be found Karla at 150 HP 100% Lv 50 Giant 240 3 Coins 3 Coins 3 Coins 3 Coins 3 Coins 3 points, Honey. Honey. Point. Objekt Infra-Color at 182.0, HP 100% Level 55. Aua! Lasst die Energien los, Mädel! Bitte! Na toll! Sonido. Ten points! Ten points. Ten points! Ten points! uit qui! Ten points! Ten points! Ten points! Three points! Three points! Coin! Poinn! Ja, toll, weil ich Kana eingegeben hab. Okay, wo ist meine Kana? Okay, wo ist meine Kana? Okay. Damit geht es. Ja, Platz. врÖ Riebä Diana! Grest, reIGência! 10, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10! 3, 3, 3, 4! Nein, wieso denn? Das gibt's doch nicht! Alex, Carla, are you okay? Nein, Carla ist nicht okay! Sie hat nie reagiert. Sie hat nie reagiert. Selekt ein Stage. Tutorial. Aaaaaah!